Fischen am Ammersee Fischen ist ein kleiner Ort am Südende des Ammersees im Fünfseenland in Oberbayern. Hintergrund der Ort Fischen wird im Jahre 776 erstmals urkundlich erwähnt. Verwaltungstechnisch gehört der Ort Fischen, mit Edenritt und Mitterfischen, zur Gemeinde Pehl. Die selbstständige Gemeinde bildet seit der Bayerischen Gemeindegebietsreform im Mai 1978 gemeinsam mit Reisding eine Verwaltungsgemeinschaft. Mit dem Flugzeug nächster größerer internationaler Flughafen ist der Flughafen München, auch Franz Josef Strauß, Entfernung 76 Kilometer, ca. eine gute Autostunde. Schnell erreichbar ist auch der Flughafen in Innsbruck, ca. 113 Kilometer, ebenfalls eine gute Autostunde. Mit der Bahn die nächsten Bahnstationen befinden sich in Hersching, S-Bahn-Anschluss nach München, Reisding, Tutzing, S-Bahn-Anschluss nach München, und Weilheim, weiter mit Bus oder Taxi. Auf der Straße Fischen liegt am Südende des Ammersees am Kreuzungspunkt der SD-2056, von Westen aus Diesen-Landsberg, mit der SD-2068 bzw. 2068, am Ostufer des Amre-Sees entlang aus Hersching. Anfahrt von Osten und Norden aus auch über die Bundesstraße B2 über Staunberg. Mobilität der WU, Regionalverkehr Oberbayern DB, betreibt die Buslinien in der Region, Regionalverkehr Oberbayern GmbH, Niederlassung Weilheim, Paradisstraße 81, 82362 Weilheim. Telefonnummer, 0881-92477, durchwall0, www.wo-bus.de Linie WU Nr. 9650, Weilheim, Pehl, Fischen, Diesen Linie WU Nr. 9653, Weilheim, Pehl, Fischen, Hersching Sehenswürdigkeiten Privatmuseum zu Kunstgegenständen aus Kupfer und anderen unedlen Metallen von der Urgeschichte bis in die Moderne, der Schwerpunkt ist das mitteleuropäische Gebrauchsgerät im 17. bis in das 19. Jahrhundert. Als Sonderservice bietet das Museum eine Begutachtung von Kupferobjekten an. Privatmuseum zu Kunstgegenständen aus Kupfer und anderen unedlen Metallen von der Urgeschichte bis in die Moderne, der Schwerpunkt ist das mitteleuropäische Gebrauchsgerät im 17. bis in das 19. Jahrhundert. Als Sonderservice bietet das Museum eine Begutachtung von Kupferobjekten an. Aktivitäten Das Südende des Amasees ist vergleichsweise flach und mit ausgeprägten Schilfufern eher sumpfig. Es gibt hier keine besonderen Bademöglichkeiten, einen Badestrand mit Liegewiese gibt es am Gasthof Edenried. Umso beliebter ist die Region aber als ganzjähriges Wandergelände. Im Winter friert der südliche Teil des Sees auch sehr schnell zu, Wintersportarten sind dann Eishockey und Schlittschuhlaufen oder Eisstockschießen. Fischen liegt am König-Ludwig-Wanderweg. Die nächste Anlegestellen für die staatlichen Seenschifffahrt auf dem Amasee befindet sich in Dießen und Hersching. Einkaufen Die nächsten Orte mit Einkaufsmöglichkeiten befinden sich in Dießen, Hersching und in der Kreisstadt Weilheim. Seit 2016 befindet sich ein River in Fischen. Nachtlebender Kunst- und Kulturhof Fischen mit Säulensaal befindet sich gemeinsam mit dem Kupfermuseum und der Gaststätte aus der Ria ein Ortsmitte in einem historischen Einförstgutshaus. Hier gibt es ein wechselndes Kulturprogramm, kombiniert mit Gastronomie. Info www.säulensaal.de Ansonsten wird es am Ort am Abend recht ruhig.